Hallo meine Lieben, hier haben wir eine schöne Wohnung im Stadtteil Machmutlar. Was finde ich an der Wohnung so interessant? Interessant finde ich den großen Balkon. Hier ist der Gemeinschaftsparkplatz und schaut alles ordentlich aus, obwohl es schon älter als 10 Jahre alt ist. Und das war das Treppenhaus und hier haben wir den Eingangsbereich. Das eine Bad, man hat zwei Bäder. Hier ist das Hauptbad und die Möbel sind alle mit dabei und Geräte. Okay, 60.000 Euro und hier habt ihr die eigene Küche, also in einem Extraraum. Platz für einen Tisch ist auch noch da. Hier, das ist das Schöne dran, man hat einen riesen Balkon und schaut mal, da kann man wirklich einiges noch hinstellen. Und man ist direkt nachher am Meer, nicht mal fünf Minuten zu Fuß und man ist am Strand. Hier der Gangbereich mit den Eingängen zu den Bädern und Schlafzimmern. Hier dieses Hauptschlafzimmer hat auch noch ein Bad, extra Bad. Ja, hier nochmal das Wohnzimmer, alles mit dabei. Hier ist das zweite Bad und Vorhänge sind dabei und alles was das Herz begehrt. Leute, schöne Wohnung, schicke Wohnung, circa 90 Quadratmeter, nur 60.000 Euro und vor Ort natürlich mit dem Hausbesitzer, könnt ihr ja quatschen, ob was am Preis geht, können wir ja gemeinsam quatschen. und 200 Lira Nebenkosten für Treppenhausreinigung und Aufzugskosten und Auszugslicht und so weiter. Okay, meine Lieben, also wer Lust hat auf diese schöne große Wohnung mit großem Balkon, sagt Bescheid, ist in der Nähe von den Banken und Supermärkten. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Video.